Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt und dann setzen wir jetzt erhöht die Anzahl von Kettenblitzen. Setzen wir nochmal dafür ein. Dauerstoß erhält eine zweite Ladung. Okay, gut. Wir haben in der letzten Folge Part 30 erreicht. Hier ist irgendwo eine... Da ist die Spinner. So, wir haben noch ein paar Mysterien zu knacken. Also, äh... Wir können auch mal hier so Gegner-Bots machen. Wir machen erstmal hier das Mysterium. Heute mal so eine ruhige Folge. Ich denke, wir machen keine Hauptmission weiter. Das wird ein fessendes Erlebnis. Versprochen! Lass die Realität hinter dir! Ich will hier raus! Hilf! Ich arbeite dran! Geei dich, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht krampfen lassen! Hör auf! Mysterio ist zurück! Geist hier nicht, der Traum! Ja! Du gehst so wie Treffer, aber wir wollen ja erstmal... Erstmal alle machen und dann... schon wieder? Was soll das heißen? Hör auf deine Zweifel. Okay? Okay? Hör auf deine Zweifel! Ja! V sleut war! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Komm, wir machen mal so eine Basis. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das Spiel ist aus. Das war's für heute. 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 Hey, Spiderwurstkot! Hört den Jägern! Habt ihr mich gerade nicht gesehen? Du kannst nicht ewig da oben bleiben! Ich muss noch ein paar Feuer löschen! Ich muss noch ein paar Feuer löschen! Ich muss noch ein paar Feuer löschen! Kann mir jemand helfen? Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin! Ich schulde dir echt was! Danke! Sind gleich da! Na bitte! Jetzt wird alles gut! Du bist ein echter Held! Danke! So, was haben wir jetzt als nächstes? Ich will sagen, als nächstes machen wir die Hauptmission! Können wir da hinreisen? Können wir da hinreisen? Ne, da ist eine schnelle Spreise! Ich frag mich, wo auch der dritte... Wir haben hier die Postmission! Die könnten wir eigentlich auch machen! Ne, das ist doch nur sehr um... Heldenmann gibt es sogar acht! Okay! Ähm... Haben wir noch eine Fotomission! Ist das die letzte Fotomission? Sammlungen? Ja komm, wir machen die Fotomission! Fertig! Ähm... Dafür... Können wir uns hier... Ne, die Schnellereise können wir hier noch nicht machen! Wenn du jetzt einfach hier in Nord spielen willst... Verlässt du den Kopf! Ja! 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 Ja, ich weiß nicht, dass ich herkomme. Ihr verschissenen Pelzträger, ich habe tausende Tiere dafür auf dem Gewissen. Ja, ich weiß nicht, dass ich sie verletzen kann. Ja, ich weiß nicht, dass ich sie verletzen kann. 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 Was ist dieses Zeug? Kontrolle von Menschenmengen ist auch gut für meinen Lebenslauf. Entschuldigung, hier ist auch noch mal. Keine Ahnung, wie soll der Staat dran kommen. Ah, da ist auch noch mal einer. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Ja, Spider-Man, fang ich da erstmal fest. Das Ding wird irgendwie unheimlich. Das letzte Fotomotiv. Wenn wir eine Trophäe dafür bekommen, wenn wir das letzte aktivieren. Oder fotografieren. Und, kriegen wir eine Trophäe? Als mein Sohn noch klein war, habe ich bei seiner Baseballmannschaft als Trainer ausgeholfen. Bei jedem Spiel haben die Eltern mehr gemeckert als die Kinder. Ich auch. Das sind jetzt alle Fotos, oder? Fähigkeiten kann man nochmal gucken. Werden wir dann ergeben, eine Wolke. Donnerstunde erhöhen, eine zweite Ladung. Oh. Das ist natürlich auch cool. Aber ich glaube, ich spare erstmal auf den hier. Ähm. Ich werde nochmal nach Anzügen gucken. Den New Universe, also den Comic Spider-Man hat man natürlich auch. Aber er hat fast eine Heldenmarken. Der hat keine Heldenmarken, oder? Ne, seltene Technikteile. Alter, es gibt so viele Ausrüstungen. Aber ich bin mit der eigentlich zufrieden. Bei Spider-Man. Also bei Maya Peter. Ja. Der ist halt aus dem Film. Der sieht aber auch geil aus. Der sieht auch geil aus. Der sieht auch geil aus. Der sieht auch geil aus. Aber es ist halt Frage, ob das irgendwann noch in der Serie, also in dem Film vorkommt. Weil Siegel Wars kommt ja noch. Der, äh, ja. Das war ja auch ein guter. Aber ich bleib erstmal bei dem. Weil der hat hier hinten so richtig, richtig ekelhafte, äh, schleimige Dinger dran. Gut. Äh. Ja genau. Ich wollte gucken. Eigentlich. Sammlungen. Das war doch das letzte Foto, oder? Ah, ein Foto fehlt uns noch irgendwo. Ein Foto fehlt uns noch irgendwo. Ich vermute dann wahrscheinlich hier in dem Bereich. Dann gehen wir mal hier hin. Weil ich würde schon gern das letzte Foto machen. Im nächsten Part gehst du dann mit der Story weiter. Für uns mehr Mal. Soll ich denn auch Holly. Sie hat diese Foto machen. Soll das mal auf. Man wird das wieder weg. Aus. some mehr. Kannkommen... Der 생각 mal so Nehly... ganz... sondern000 interventions. Gehen wir, Spider-Bot. Gehen wir, Spider-Bot. Gehen wir, Spider-Man. Gehen wir, Spider-Man. Gehen wir, Spider-Man. ob es hier eine spinne ich sehe es auch schon ich glaube hätte das ding echt gefallen okay ich habe den fremden ping entschlüsselt sie verwenden den selben code und dieselbe frequenz wie wir unsere technologie geklaut unmöglich wir halten sie unter verschluss bist du sicher ich meine falls es nicht noch einen spider-man da draußen gibt aber ich suche weiter aber ich brauche noch bots um die sache zu knacken damit kann ich nicht Ich muss die Jäger stoppen, bevor es Verletzte gibt. Er verfolgt uns. Los! Okay, Leute, wir werden dieses Auto jetzt sofort wenden. Alter, bist du am Arsch, Spider-Man? Hallo. Ja, alter, Spider-Man. Das war einfach. Was ist das letzte Bild? Was ist hier nicht? Ich war da. Okay, okay. Astoria. Hä, wo ist das letzte Bild? Was ist das mit Astoria hier? Hier haben wir ein Brawler-Versteck. Ich weiß echt nicht, wo das letzte Bild sein soll. Aber da wir jetzt hier sind, würde ich sagen, wir machen die Hauptnisse für den nächsten Part. Was ist das mit Astoria? Gut, ich beende hier den Part, ich bin an 1, halb fahren, tschüssikowski.